Musik Und damit ein herzliches Willkommen, guten Morgen, guten Abend, weil auch immer ihr das Video schaut zu einer neuen Folge Let's Play Glash of Clans. Für mich heißt es guten Morgen. Ich hoffe, ich bin hier im Besitz meiner vollen Kräfte, auch schon um 8 Uhr am Morgen. Ich denke aber doch. Und wir werfen das erste Mal einen Blick hinein, wie das letzte Clan-Wöhrchen ausgegangen ist. Ihr seht es vielleicht schon, 111 Siege. Heißt, wir haben gegen Blacklist gewonnen mit 48 zu 42, Zerstörung 86,15% zu 73%. Und zum einen bin ich natürlich schon mal wieder richtig stolz, dass jeder zweimal angegriffen hat. Sehr, sehr nice. Und wenn wir mal so in die Kriegsereignisse reinschauen, am Ende ist nicht mehr allzu viel auf unserer Seite passiert. Lukas, das schauen wir uns auf alle Fälle an. Richtig, richtig schön. Ein 3-Star von der 14 auf die 7. Also mit einem Go-Hawk-Angriff. Hier eine, ja, recht eng gebaute Rathaus-Neuenbase. Und er fängt hier an mit einem Riesen und ein paar ersten Schweichen in der Vermutung, dass hier eine Doppelriesenbombe ist. Und er hat eine Bombe ausgelöst und hat die Clanburg gelockt bekommen, wo ein Hound drin ist. Und er hat einen Tesla ausgelöst. Und das heißt weitermachen. Er hat 29 Schweine dabei, insgesamt 2 Golems, einen gemaxsten und einen eigenen. Löst hier gleich 2 Riesenbomben aus. Das hat richtig gut funktioniert, gerade im Entzug die Schweine zu schützen. Und hat dann auch direkt den Jumpsper gesetzt, die Mage hinterher, die Queen hinterher. Und die sollte sich dann mit dem Mage zusammen jetzt recht bald auch um den Hound kümmern. Hat auch den King gesetzt. Und den, glücklich, das muss man sagen, dass er es hier reinzieht. Ich wollte schon sagen, eine Nuance zu früh, weil er dann doch außen rum gelaufen ist. Aber er ist reingezogen. Und er kommt jetzt von hier oben mit allen Schweinen. 3 Riesenbomben ja schon ausgelöst. Eventuell hier noch eine 4te. Bei den Teslas hat er insgesamt noch 2 Heelspears dabei. Den King hat er soeben zünden müssen. Hier gab es den 1. Heelspell beim Magierturm. Die Schweine haben sich jetzt in 2 Krüppchen aufgesplittet. Rathaus hier unten. Also wir haben auch hier eine Anti-3-Star-Base. Queen räumt von hinten aus. King ist vorne aktiv. Einen Giftzauber gab es über die Welpen. Und hier war, wie vermutet, die letzte Riesenbombe. Also hat er die Doppelriesenbombe wirklich schön entschärft, indem er eine von beiden Bomben down bekommen hat. Mit den Schweinchen war auch ein bisschen arg auffällig, die Lücke. Also hätte ich auch eine Riesenbombe vermutet. Aber dazu kommen wir gleich bei meiner Base, die ich im Clan War angreifen muss. Also im kommenden Clan War. Da sieht es ein bisschen ähnlich aus. Also ist hier erstmal richtig schön über die Base drüber gerannt. Hat jetzt hier außen noch einen Bogen hingesetzt. Hier oben Queen und Magier. Queen kann ja immer noch zünden. Recht viele Gebäude noch übrig. Aber hier unten die Barbaren von der Heldenfähigkeit des Barbaren. Jetzt hat er in der Mitte die Queen gezündet. Die Schweine hüpfen außen rum. Und das sind die letzten 40 Sekunden. Schauen wir uns im Schnelldurchlauf an. In vierfacher Geschwindigkeit über die Base. Und ihr seht, alles trifft sich am Ende oben. Und als letztes wird wahrscheinlich der kleine Elixiersammler zerstört. Sehr, sehr schöner 3-Star vom Lukas. Und natürlich auch am Ende gerade in der heißen Phase noch entscheidend. Zu meiner Base ist nur gewonnen start worden. Hier oben als einzige. Ihr seht, die 2 und die 3 um mich herum wurden getustert. Also das freut mich, dass sie da auch ganz gut hält. Und dann haben wir hier zum Beispiel nochmal einen Angriff von der 2 auf die 2 auf mich. Mit besagten 58%. Und auch sehr, sehr nice von Nico Bro. Unsere 20 auf die 12. Einen 3-Star. Auch den nehmen wir doch nochmal mit. So abschließend zum letzten Clan War. Haben auch hier einen Gohawk-Angriff. Haben allerdings noch zwei Loons mit dabei. Insgesamt eher eine großflächigere Base. Mit 10er und 11er Helden. Und er greift hier mit 16er Helden an. Und kommt mit den Golems. Eine große Menge an Mageln hinterher. Mit den Mauerbrechern. Hier die ersten Mauern durchbrochen. Und dann hat er einen Jump, 3 Heel und einen Woot dabei. Und der eine Golem ignoriert erstmal die aufgebrochene Mauer. Nimmt aber jetzt den Jump Spam. Jetzt gibt es bei, kommt über die Clan War und die Queen. Wir haben den Drache drin. Und zwei Loons. Die Helden sind hinterher. Und jetzt heißt es wie immer, klassisch möglichst ausschalten. Hier oben jetzt kommt er mit seinen zwei Loons. Um schon mal diesen Bogenturm auszuschalten. Was? Ich bin gespannt, ob es klappt. Ja. Durch den Loontrop. Also der dann selber auf den Boden droppt. Hat es geklappt. Und kommt jetzt direkt von der Seite hinterher. Mit all seinen Schweinen. Drei Heels sind ja am Start. Um die Schweine, ihr wisst, ich sag das immer so. Über die Base zu heilen. King hat er es hier in der Mitte zünden müssen. Jetzt gab es den ersten Heelsperl für die Schweine. Hier ploppt ein Tesla raus. Die Queen geht jetzt gerade alleine aufs Rathaus. Hier noch eine Skelettfalle. Beziehungsweise das sind glaube ich schon zwei, die auslöst wurden. Hier unten um den Magierturm rum gibt es den nächsten hier. Der den Schweinen da etwas unter die Arme greift. Und den letzten wird er dann gleich im Bereich des letzten Magierturms machen. Queen holt ganz entspannt. Das Rathaus bekommt hier aktuell keinen Schaden mehr. Die Schweine hüpfen und hüpfen. Ein paar gehen in die Mitte. Einer verzweifelt. Probiert es da unten. Und jetzt gibt es hier den letzten Heelsperl. Noch einiges an Differenheiten da. Das muss man sagen. Aber der Heelsperl hat da wirklich einen guten Job gemacht. Und die Schweine, während sie hier alles ausgestaltet haben, unterstützt. In der Mitte, die Queen tobt sich noch aus. Er hat jetzt keine Einheiten mehr übrig. Hier hat er den Bogen gesetzt. Hier oben hat er den Goblin gesetzt. Und auch hier. Ja, es ist immer das bei diesen Hybridangriffen. Kann man ein bisschen Angst haben und denken. Uh, das könnte zeitlich eng werden. Überall noch was verteilt. Aber es hat auch funktioniert. Wir lassen hier wieder in vierfacher Geschwindigkeit das Ende laufen. Und auch hier wieder der Vorteil einfach, dass relativ viele Schweine überlebt haben. Die dann dementsprechend eben über die Mauern drüber hüpfen können. Und die Gebäude dann ausschalten. Also, Niko Pro of Moths. Richtig schöner Angriff. Aktueller Clanworm. Wie schaut es denn aus? Gegen Nerdic Impact. Impact extra nicht. Mit C also kein Impact, sondern Impact. Und es ist ein 20 gegen 20 Clanworm. Und wir haben es hier mit einem französischen Clan zu tun. Level 7, genauso wie wir. Wir haben allerdings ein paar Siege mehr. Und ihr seht hier, die Rathaus 9 wollen sie. Mit jeweils 20 Helden und 3-Star-Spezialitäten. Und nur eine Erwachsene. Und sie haben Twitter und haben Kontaktline. So. Und sie haben, wenn wir mal durchschauen. Wir sind bei 5 Rathaus 10ern. Und sonst Rathaus 9er. Sie haben 4. Heißt, ich bekomme es mit einer Rathaus 9 Base zu tun. Und einen Rathaus 8er. Ich bekomme es zu tun mit einer absoluten Anti-3-Star Base. Ich wurde schon gefragt von Celi, der die 4 hat, die ich euch auch gleich mal zeigen kann. Ob er mit mir tauschen will. Die Gegner Base hier mit 25 und 22 Helden. Ist noch relativ am Anfang. Also zumindest Kanonen sind auf meinem Level. Luftraubebase noch nicht gemaxed. Infernos hat er beide auf Level 3. Aber vermutlich möchte ich mich an dieser Base hier probieren. Die wirklich fies aussieht. Also wir haben hier viele, viele Möglichkeiten für Doppelriesenbomben. Wir könnten hier eine Doppelriesenbombe haben. Wir könnten hier Doppelriesenbomben haben. Da oben Doppelriesenbomben. Aber klar, irgendwo wird es dann nur Teslas geben, die rausploppen. Aber ich habe eine ganz gewagte Taktik, die ich wahrscheinlich ausprobieren möchte. Und zwar einen Gohawk-Angriff. Ich möchte hier unten, also das ist mit den Golems kommen, die Außengebäude und die Terminwerfer daumen bekommen. Dann hier beim Bogenturm ein Jump Spell. Im Optimalfall beide Luftabwehreinheiten daumen bekommen. Hier dann nochmal den Wood Spell setzen. Die Queen sollte rüberziehen zu dieser Luftabwehr, sodass ich die auch daumen bekomme. Und dann möchte ich einmal von hier, von dem Bogenschützenturm mit dem Hound kommen, der zu dieser Luftabwehr fliegt. Und einmal von hier unten, von dem Goldlager mit Hound, der zu der Luftabwehr fliegt. Ich habe das Ganze auch in Skitsch vorbereitet, dass ich das hier mit euch ein bisschen planen kann. Und wir fangen gleich mal an mit unseren Golems, die wir klassischerweise in Weiß machen. Und die wir dann auch gleich mal hier unten setzen. Das sind unsere zwei Golems, zweimal natürlich gemakst. Dann kommen dahinter unsere Magier. Die werden wieder eins kleiner, ihr kennt das. Und da hätte ich gesagt, machen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dass die auch wirklich schon mal ganz nett um diese Außengebäude kümmern können. Helden können wir eigentlich auch direkt schon mal einzeichnen. Auch wenn die insgesamt, wie immer, etwas später gedroppt werden. Die zwei Helden, oh, den Strich wollte ich nicht. Die zwei Helden droppen wir hier. So, dann kümmen wir uns mal um die Spales. Wir brauchen einen Kreis und fangen doch direkt mal mit dem Jump Spell an, der hier schön ins Zentrum gehen soll. Der ist natürlich wieder ein bisschen dick. Das vergesse ich manchmal noch, da das Ganze dünner einzustellen. Und der Kreis ist auch nicht schön. Das ist immer, wenn man zoomen will und dann den Kreis macht. Aber jetzt klappt es. Genau. Dieser Jump Spell hier soll hier hin. Genau, in diesem Bereich wird es dann auch noch einen Wutzauber geben, den wir ja in Rot haben, für die Golems und für die Helden. Den ziehen wir hier ein bisschen in den hinteren Bereich. So, schräg über die zwei Luftabwehreinheiten hinüber. Glamourg wird dann auch rauskommen. Das heißt, wir können mal, just for fun, für den Gift Spell nehmen wir mal Orange. Das wird so ungefähr in diesem Bereich passieren, dass wir den hier setzen werden. Und dann, ja, Heldentrop haben wir auch schon. Also, jetzt können wir, wie immer, zurück in Clash of Clans. Das sind jetzt zwar unsere Armeelager noch voll, aber wir legen schon mal los mit den Spells, die wir hier ausbilden. Also, wir nehmen den Jump, wir nehmen den Gift und wir haben schon mal einen Wut zum setzen und dann haben wir noch mal einen Zwei-Wut und ich werde mich höchstwahrscheinlich gegen den Heal und für den Wut entscheiden, aber das schauen wir gleich mal noch. Und wir können auch noch geschwind mit einem entspannten Farmangriff. unsere Lager leeren, dass wir dann auch wieder, wie immer, gleich passend ausbilden können. Hier mal alles rausgelöscht. Und dann heißt es am frühen Morgen, auf in die Schlacht. Mit ein bisschen Gebatsche schauen, ob wir ein paar Ressourcen sammeln können. Ich habe meinen nächsten Bogenturm angestoßen. Habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Kann ich euch dann nach dem Angriff gleich zeigen. Barge-Technisch läuft es gerade echt gut. Hier haben wir richtig schön Elixier am Start. Gold mit 92.000 ist überschaubar, aber das Elixier reizt, auch wenn ich viel habe. Da habe ich mir eigentlich überlegt, dass es vielleicht doch Sinn macht. Als nächstes einfach mal alles Elixier-Technisch zu maxen in meinem Labor. Heißt also noch den Blitzzauber und den Drachen. Weil dann muss ich Elixier einfach nur noch für Mauern ausgeben. Und sonst hinken die Mauern wieder hinterher, wenn ich jetzt diese zwei Spells so aufschiebe. Deswegen ist das momentan meine Überlegung, dass ich das ein bisschen anders mache. Also jetzt nach dem Gift-Spell, der gerade gemacht ist, wird mich dann um Blitzzauber kümmern. Jetzt wäre natürlich ein Giftzauber wunderbar, weil hier die Clanburg rauskommt. Wir können zünden gleich mal den King. Die Queen kümmert sich erst um die gegnerische Queen. Jetzt kommen wir auch noch Skletzfallen. Und das ist die Frage, inwieweit wir da im Zentrum noch was reißen können. Wirklich ärgerlich, dass hier was in der Clanburg drin war. Aber die Bogen holen sich schon mal schön. Elixier, momentan kein Minionwerfer, kein Magieturm, der sich fokussiert. Von daher, der X-Bow ist überschaubar. Und da reißen wir im Zentrum doch noch ganz nett was. Können unsere Queen ja auch noch zünden. King ist jetzt mittlerweile down. 50% haben wir geholt. Rathaus werden wir nicht bekommen. Das ist aber insoweit eigentlich relativ unrelevant. Und ich bin gespannt, was die Girls da im Zentrum noch reißen. Jetzt hier ein Minionwerfer, der fokussiert. Die Queen kümmert sich um den X-Bow. Und sollte dann noch im Optimalfall noch die ganzen Ressourcen aus der Mitte zumindest bekommen. Elixierlager sollte easy down gehen. Und das Dunkle könnt ihr auch noch bekommen. Und das Goldlager vielleicht auch noch. Ist nämlich nur in der Range des Minionwerfers. Wo ihr seht, der Schaden ist relativ überschaubar. Und unsere 20er Queen hält mittlerweile natürlich was aus. So, das hat sie da umgekommen. Und vielleicht holt sie dann wohl noch das letzte Elixierlager. Dann hätten wir so gut wie alle Ressourcen zünden. Können wir sie ja auch noch. Nett. Wirklich nett. Jetzt geht sie hier rüber. Läuft es hier wahrscheinlich. Jetzt müssen wir sie mal zünden, weil die Kanone fokussiert. Und jetzt sagt sie sich, ich gehe da rüber. Dann wird es wohl leider nichts mehr. Aber wir schauen mal. Zwei Minionwerfer. Der Magierturm. Den soll es ja recht schnell da umgekommen. Aber sobald der Bogenturm ins Spiel kommen sollte, dann wäre es rum. Die Minionwerfer ballern. Sie läuft. Vielleicht noch ein paar Shots. Einen. Einen aufs Elixier hat sie noch geschafft. Aber wir haben 300.000 mitgenommen. 810 Dunkles. Das Ganze völlig okay. Dann spenden wir dem Martin gleich mal seinen Hound. Und fangen mal an. Mit dem Ausbilden. Und zwar haben wir ja schon gesagt, wir nehmen zwei Golems mit. Einen holen wir uns in die Clanburg. Golem und Magier. Dann haben wir gesagt, nehmen wir sechs Magier mit. Und dann geht es erst mal nochmal zurück in Skitsch. So. Sechs Magier haben wir am Start. Heißt also jetzt, wenn hier möglichst viel aufgeräumt wurde, kommen wir mit den Hounds. Und für die Hounds nutzen wir diese coole Pfeilfunktion und sagen, wir kommen da einmal so. Und kommen da einmal so. Am besten auch in dem Fall mit zwei Hounds. So der Plan von mir jeweils mit zwei Hounds auf zwei LAs. Und dann können wir nämlich direkt dahinter uns nochmal um die Wood Spells kümmern. Wir werden die Loon Drops dann außen machen. Das heißt, wir müssen in dem Fall mit dem einen Wood Spell hier so arbeiten, dass die Loons hinkommen. Und mit dem zweiten Wood Spell, da ist jetzt oben ein bisschen was abgeschnitten. Den machen wir hier in diesem Bereich, schön unsymmetrisch. Und dann ist jetzt eben die Frage, nochmal Wood oder Heal? Ich bin aktuell fast sogar für den Heal Spell, den wir dann ins Zentrum setzen könnten. Da haben wir nämlich nochmal, den hier müssen wir erstmal löschen. Da haben wir nämlich dann nochmal einen Mage-Turm. Das heißt, man könnte so sagen, wenn die Loons, der Wood bleibt da oben, wenn die Loons hier ins Zentrum reinkommen, dass wir dann da nochmal mit einem Heal Spell arbeiten. So wäre der grobe Plan. Dann lasst uns mal zurückgehen und weiter ausbilden. Wie dann besagt, eben noch ein Heal Spell mit an Bord. Es wird sicher riskant, das auf alle Fälle. So, wir haben jetzt noch den Heal. Dann haben wir gesagt, wir nehmen 4 Hounds, 3 und Nummer 4. Und legen jetzt erstmal los mit Loons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann nehmen wir noch, ja, jetzt haben wir noch 12, 13. Oder wir sagen, wir nehmen mehr Loons und dafür weniger Hounds. Aber ich glaube wirklich, wir machen das lieber mit 4 Hounds, um auf der sicheren Seite zu sein. Und nehmen dann am Ende noch einen Goblin mit. Das wäre der aktuelle Plan. Ihr werdet beim Angriff dabei sein. Es ist riskant, gar keine Frage, gerade bei so einem Anti-Swiss-A-Base-Luftfeger in der Mitte. Relativ weite Wege zum Zurücklegen. Ich werde das natürlich auch mit meinen Clan-Kameraden nochmal ein bisschen durchsprechen. Werde es aber wahrscheinlich so probieren. Hofft, die Folge hat euch gefallen. Ein Mix aus Planung und Feedback oder Zusammenfassung, Recap des letzten Clan Wars. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in den Kommentaren kundtun. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.